Zu Wort ist nun niemand mehr gemeldet. Damit schließe ich diese Debatte. Ist seitens der Berichterstattung ein Schlusswort gewünscht? Das ist nicht der Fall. Die Abstimmung werde ich am Schluss der Verhandlungen über die Vorlagen des Ausschusses für Innere Angelegenheiten vornehmen. Und wir gelangen nun zum 14. Punkt der Tagesordnung. Bericht des Ausschusses für Innere Angelegenheiten über die Regierungsvorlage 11.03 der Beilagen. Erstes EU-Informationssysteme-Anpassungsgesetz 11.19 der Beilagen. Konkret geht es darum, dass EU-Grenzmanagement die Informationssysteme der Mitgliedsländer sollen besser vernetzt werden.